Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aus den rund 80 Coop-Konditoreien kommen täglich und vor allem aufs Wochenende herrliche Kostbarkeiten in der Coop-Lade. Hier gibt es unter anderem Tiroler Cake, Himbeer Roulade, Schwarzwälder Torte, Sacher Cake, Linzer Torte oder Cremeschnitten. Ja und diese feinen Spezialitäten werden von den Coop-Konditoren zubereitet und natürlich in das Handwerk verstanden. Herr Hofer, wie machen Sie jetzt zum Beispiel so einen Kirsch Cake? Hier nehmen wir, wie Sie zu Hause, Eier, Zucker und Mehl, eine kraspende Zitrone. Das gibt den Gold-Gelbrachene Biscuit. Auf das Biscuit durchtränkt mit Kirsch-Sirup und einer feinen Schicht Himbe-Confitüre kommt die luftig leichte Kirschcreme und Bauderzucker. Und das gibt dann also den feinen Kirsch Cake frisch in Ihrem Coop-Bladen. Dankeschön, Herr Hofer. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Coop ist also auch Ihr Spezialist für Gags, Turtene und Patisserie. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Coop-Aktualitäten dieser Woche. Ein interessantes Angebot bietet Ihnen der Coop-Fotoservice. Wenn Sie Ihren Farbfilm bis zum 8. Juni zur Verarbeitung bringen, dann ist es entwickelt gratis. Und da habe ich Ihnen etwas richtig Bequemes für die Freizeit. Bei Coop gibt es jetzt eine stabile, zusammenklappbare Liegestuhle mit einer 5 cm dicken Polstrick zu einem einmalig günstigen Preis. Coop leistet einen neuen Beitrag zur Teuerungsbekämpfung. Achtet Sie auf die Preisleistung bei dem Angebot für Up-Vollrahm. Die Coop-Extraktion bis zum Samstag. Ich glaube, es ist wieder so weit. Wir schalten rüber in die Küche zum Coop-Rezept der Woche. Guten Abend miteinander. Eine spezielle frische Leistung in Ihrem Coop-Bladen sind die Champignons. Hier sehen Sie Zutaten für ein feines Champignons-Rezept für vier Personen. 500 Gramm frische, halbierte Champignons werden im Anken etwa 8-10 Minuten angedämpft. Für die Sauce geben wir 150 Gramm Schinken mit einer fein gehackten Zeebeln ebenfalls im Anken 5-10 Minuten dämpfen. Ein Löffel Mehl dazu. Ablöschen. Nach fünf Minuten geben wir die Sauce mit den dämpften Champignons noch kurz aufkochen. Das feine Rezept von der frischen Champignons finden Sie diese Woche in Ihrer Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen guten. Das wäre es gewesen für heute. Wir danken fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleichzeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Torina Sonnenblumenöl, ein Liter statt 5,55 nur 4,95. Servilo, Vakuumverpack, drei Stücke an 100 Gramm statt 2,40 nur 1,95. Operisierter Schocchi-Trink, ein Liter statt 1,20 nur 1 Franken. Und nach übermorgen und am Samstag Orangensaft Happy Day, zweimal ein Liter statt 2,60 nur 2 Franken. Gräbfruitsaft Happy Day, zweimal ein Liter statt 3 Franken, nur 2,40. Und das ist Coop Extraaktion vom Freitag und am Samstag. Ein halber Liter operisierter Vollrahm statt 5,45 nur 4,45. Auf Wiedersehen.